Ich grüße dich ganz ganz herzlich. Mein Name ist Stefan Brönle und ich bin Geomant. Ja, ich möchte dir heute einen Kraftort vorstellen, von dem wohl die wenigsten glauben, dass es ein Kraftort ist, obwohl viele ihn vermutlich kennen werden. Ich denke mal, dass die meisten Menschen denken, dass es bei uns keine wirklichen Ahnentempel gibt. Wir assoziieren Ahnentempel vermutlich eher mit der chinesischen oder japanischen Kultur, wo ganze Familien letztendlich sich solche Ahnentempel erschaffen. Aber in der Tat gibt es so einen Ahnentempel auch bei uns in Deutschland. Und zwar ist das der Ruhmestempel der Valhalla. Die Valhalla steht in der Nähe von Donaustauf an der Donau. Wir hatten einen wunderbaren Blick auf die Donau von der Valhalla herunter. Sie wurde 1830 bis 1842 im Auftrag von König Ludwig I. von Bayern gebaut. Architekt war Leo von Klenze und dieser Mann Leo von Klenze hat in München schon einige Bauten errichtet, die durchaus geomantisch sehr sehr spannend sind, sodass wir ihm wirklich ein geomantisches Feingespür nachsagen können. Ja, die Valhalla, was ist das eigentlich? Die Valhalla ist eben ein Ruhmestempel, wie das so allgemein gesagt wird. Genau genommen ist es eigentlich ein Ahnentempel. Und so finden wir hier viele Büsten und Ehrenplatten sozusagen für berühmte Deutsche. Also ein Tempel, wenn man so möchte, für die Ahnen der deutschen Sprache. So finden wir zum Beispiel eine Ehrenplatte für die germanische Seherin Veleda dort. Über 50 bis 70 Büsten sind in der Zeit hier aufgestellt worden in der Valhalla. Und wir finden darunter natürlich so berühmte deutschsprachige Dichter und Denker wie Kant, Schiller oder Haydn. Und in der neueren Zeit durchaus auch Persönlichkeiten wie zum Beispiel Konrad Adenauer oder auch Sophie Scholl. In der Tat haben wir hier eine Ansammlung von Erinnerungsstücken an Persönlichkeiten, die für die Deutschen sehr, sehr wichtig und seelenprägend gewesen sind. Und wie anders sollte man einen Ahnentempel definieren? Nun, dieser klassizistische Bau an sich ist natürlich sehr pompös. Man hat riesige Treppen, die zu ihm nach oben führen. Man kann über eine Bootsanlegestelle an der Donau, von der Donau aus hinauflaufen oder auch direkt an einem Parkplatz fast bis vor die Haustür fahren sozusagen. Ja, geomantisch ist dieser Ort durchaus auch sehr, sehr spannend. Und zwar befindet sich in der Mitte im Innernd ein großer Einstrahlpunkt. Und da sehen wir schon, dass hier vermutlich Leo von Klenze durchaus ja entweder einen Riecher hatte oder vielleicht sogar seine Finger mit im Spiel hatte. Zudem ist hier meines Erachtens auch ein Ausgießungszentrum oder Ausatmungspunkt wahrnehmbar. Das ist ein bisschen schwierig, weil das durch den Bau schon sehr, sehr verändert ist. Ich bin mir da noch nicht ganz schlüssig. Jedenfalls quillt hier tatsächlich auch ätherische Kraft Qi, wenn du so willst, ins Land von hier aus. Man hat also durchaus bewusst einen Punkt gewählt, der für das Umland prägen ist, von dem Energie ausgeht ins Land. Und mit dieser Energie natürlich auch das, was wir diesen berühmten Deutschen ja nachsagen, wo wir dran hängen. Also ein bestimmtes Gedankenelement, das sozusagen hier mit aufmoduliert wird, auf die Kraft, die an dieser Stelle den Berg verlässt. Die Valhalla sicherlich ein bisschen schwierig, weil ein wenig pompös richtet sich natürlich nach der germanischen Mythologie, eben jenem Kriegerort im Jenseits, wo die verstorbenen, im Kampf gefallenen Krieger hinkam, die Valhalla danach auch benannt. Ja, ich bin da ein bisschen ambivalent. Einmalseits diese unglaubliche Größe und andererseits durchaus auch, dass es in Deutschland so etwas wie eine Ahnenverehrung durchaus noch gibt. Schau dir das einmal an, spür einmal ganz unvoreingenommen nach, die Valhalla durchaus ein Ort, an dem man sich mal niederlassen sollte und wahrnehmen sollte, weil er, denke ich, für Deutschland durchaus ein sehr, sehr zentraler Punkt ist. Ja, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, hier bei Orten der Kraft. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!